Der deutsche Schauspieler und Synchronsprecher Elmar Wepper starb am 31. Oktober 2023 in München, im Alter von 79 Jahren, an Herzversagen. Während seiner Schauspielkarriere trat er in mehr als 85 Filmen und Fernsehsendungen auf. Den Zuschauern wurde Elmar Wepper durch seine Rolle in der Serie Kommissar, die Hauptrolle in der Krimiserie Zwei Brüder und eine der Hauptrollen in der Serie Zwei Münchner in Hamburg bekannt. Wepper ist auch für seine Rollen in Filmen wie Dreiviertelmond, Alles ist Liebe, Lombok, Schmetterlinge weinen nicht und Café Europa bekannt. Er arbeitete auch als Synchronsprecher. Deutscher Schauspieler, Journalist und Autor, Lutz Riemann, starb am 23. Oktober 2023 im Alter von 82 Jahren, in Greifswald. Während seiner Schauspielkarriere spielte er in mehr als 50 Filmen und Fernsehserien mit. Riemann wurde vor allem durch seine Rolle als Oberleutnant Zimmermann, in der Fernsehserie, Polizeiruf 110 bekannt. Lutz Riemann ist auch für seine Rollen in Filmen und Fernsehserien wie Das Ermittlungsverfahren, Der Hut des Brigadiers, Archiv des Todes, Kiezgeschichten, Die Alleinseglerin. Deutscher Schauspieler, Erik Weldre, ist am 9. Oktober im Alter von 91 Jahren gestorben. Während seiner Schauspielkarriere spielte er in mehr als 100 Filmen und Fernsehserien mit. Bekannt wurde er vor allem durch seine Auftritte in der Krimireihe Polizeiruf 110, sowie in den Filmen, Abschiedsdisco, Der geteilte Himmel, Rendezvous mit Unbekannt, Zeit zu leben, Die Stunde der Töchter, und Königskinder. Der deutsche Schauspieler, Ottmar Richter, ist am 5. Oktober im Alter von 91 Jahren gestorben. Neben seiner Arbeit am Theater spielte Richter auch in Filmen mit. Zu den Projekten mit seiner Beteiligung zählen Filme und Fernsehserien wie Ein Lord am Alexanderplatz, Zeit zu leben, Großstadtrevier, Unser Charlie, Alma schafft alle, und Mord am Montag. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn dir dieses Video gefallen hat, klicke auf den Abonnieren-Button. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020